Hallo und herzlich willkommen bei den Monstermamis, dem Videoblog der VRM und der Kinderzeitung Kruschel. Ich bin Kerstin, habe zwei Kinder, die sind sechs und neun Jahre alt und ich nehme euch auf dem Blog ein bisschen mit in unseren Familienalltag. Ja, letzte Woche haben wir ein Geschenk ausprobiert, das meine Tochter zum Geburtstag bekommen hat von ihrer Freundin. Und weil es ihr so viel Spaß gemacht hat, wollte ich das gerne mit euch teilen. Und zwar hat sie ein Experimentierset für Glitzerdiamanten geschenkt bekommen. Und ja, im Grunde ist in diesem Experimentierset auch alles schon dabei, was man braucht, außer dass man noch so ein kleines Glas mit Wasser bereitstellen sollte. Und den Arbeitsplatz muss man auch ganz gut präparieren, denn da geht mal gerne was daneben und am besten macht man das Ganze auch mit einem Erwachsenen, weil da einfach auch Chemie im Spiel ist. Genau, dann kann man aber auch schon loslegen und muss diese Diamantformen, die im Set enthalten sind, zusammenbasteln. Und danach gibt es ein paar Tütchen mit einem Granulat, das unterschiedliche Farben hat und die dann schichtweise in dieses Förmchen gebracht werden. Dabei muss man ganz vorsichtig vorgehen, darf nichts verschütten, muss ein bisschen rütteln und es hat schon wirklich was Experimentelles. Und ja, dann kann man gegen Ende auch noch eine Schnur anbringen, die auch im Set enthalten ist, weil man später auch einen Diamantanhänger daraus machen kann. Und wenn diese Schnur drin ist, dann füllt man die Diamantform weiter auf und danach wird das Ganze ins Wasser gegeben. Das sollte vollständig mit Wasser bedeckt sein und dann wird wieder ein bisschen gerüttelt und geschüttelt und ganz vorsichtig, bis das Ganze dann komplett mit Wasser benetzt ist und man lässt es zwei Minuten im Wasser stehen und danach nochmal drei Minuten trocknen. Und gegen Ende, wenn man diese Form aufmacht, sieht sie eben aus wie ein Diamant. Und dann gibt es noch Glitzer als Zusatz und dann kann man den Diamant noch in diesen Glitzerwälzen. Und ja, nach ein paar Stunden ist der Diamant dann ganz fest, allerdings natürlich lange nicht so fest wie ein echter Diamant. Das wird dann auch nochmal im Beipackzettel erklärt. Und da gibt es dann auch noch eine kleine Information dazu, dass Diamanten eigentlich aus Kohlenstoff bestehen und dieser in der Tiefe der Erde ganz fest aneinander gedrückt wird, bis ein Diamant entsteht unter großer Hitze. Und so lernen die Kinder auch noch ein bisschen Chemie dabei. Also meine Tochter hatte da sehr viel Spaß. Es gibt viele dieser Experimentiersets, da könnt ihr mal schauen, ob eins vielleicht für euch passend ist. Und dann habt ihr eine tolle Beschäftigung für eure Kinder. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit und wir sehen uns bald. Bis dann, tschüss!